Ich find's schade, weil ich liebe diesen Scheiß, ich mag das voll, ja, aber ich gucke den Content und werde jedes Mal rausgerissen, weil ich merke, ihr labert Scheiße. Eine kleine wichtige Sache, die ich nochmal kurz ansprechen wollte, ich hab neulich auch ein, zwei TikToks gesehen zu dem Thema, wo auch Leute gesagt haben, ey, sie finden irgendwie Staffel 1 besser, Staffel 2 ist irgendwie langweilig, da passiert nichts, blabliblob und so weiter, ist völlig fein, völlig okay, das nimmt auch jeder anders wahr, eine Sache ist mir nur ganz wichtig, das, was ihr hier seht bei diesem Projekt, das ist einfach nur die Abbildung der Realität, nicht mehr und nicht weniger. Und ich hab mich auch in den letzten Monaten sehr viel immer wieder mit dem Thema, wie laufen Produktionen ab, TV vs. YouTube, wie machen andere das, was läuft. Ich hab viele Informationen bekommen, sei es durch Podcasts, sei es durch Unterhaltungen, sei es auch durch Informationen, durch jemanden wie Tom McElroy, der auch hinter den Kulissen bei Ed Stafford mit dabei war. Und ich kann, nee, wie soll ich das formulieren, es läuft bei vielen Sachen, gerade im TV-Bereich, alles nach Skript, nach irgendwie Regeln, nach dies und das, damit alles für den Zuschauer, ja, spannend ist und immer sofort was passiert, sofort was passiert. Und klar, hier gibt es, und das kriege ich auch selber mit, sowohl in der ersten Staffel als auch in der zweiten Staffel, immer auch mal wieder Phasen, die vielleicht ein bisschen langweiliger sind und so weiter, aber das ist halt das Leben. So ist es, so ist es passiert und so zeigen wir es auch. Und, ähm, ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig. Ich finde es teilweise ein bisschen schade, dass durch gewisse Manipulationen oder sehr große Manipulationen im TV-Bereich Sachen suggeriert werden und den Zuschauern als echt verkauft werden, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Gerade auch in diesem ganzen Bereich Survival in Outdoor. Und ich glaube, dass der normale Zuschauer eine völlig falsche Wahrnehmung hat, wie die Realität aussieht in solchen Situationen. Und, ähm, das halt nicht immer alles Action und Rennen und ich slide irgendwo runter und bababam und hier und ich hau mir die Spinne rein und, äh, und, wisst ihr, wie ich meine? Das hat halt nichts mit der Realität zu tun. Ist natürlich aber spannend für den Zuschauer, ist aber keine Dokumentation, ist eher so ein Scripted-Reality-Doku-Ding, was ich irgendwie nicht mag. Äh, so, jetzt gucken wir aber weiter. Ähm, weil das gerade kurz geschrieben wurde und so ein bisschen spaßig gesagt worden ist, ähm, wo war der Kommentar? Das möchte ich aber nochmal aufgreifen. Ähm, dieses Thema, wie Bear Grylls ist nicht echt und so weiter. Ähm, meine Welt bricht zusammen. Das wissen natürlich viele. Aber auch sehr viel von dem ganzen anderen Scheiß ist leider nicht echt, Leute. Es tut mir leid und ich habe es aus eigener Hand erfahren von Leuten, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Aber auch bei Ed Stafford, auch bei vielen Sachen, wo dann drauf gemacht wird, Ah, ich bin ja alleine ausgesetzt unterwegs. Ah, es ist, es ist so viel Fake-Scheiße dabei. Es ist, es tut mir im Herzen weh. Ja, auch Naked Survival und dieser ganze Kram, das ist alles Fake-Scheiße. Natürlich nicht in der Hundertprozentheit, viele Sachen werden da schon gemacht, aber gewisse Sachen, dann wird dann doch mal nachgeholfen. Ne, du machst jetzt doch mal dann das, das schneiden wir so. Ähm, auch bei vielen Formaten, wo man denkt und das geführt, okay, das ist jetzt mal was Echtes, erfährst du dann doch über drei Ecken. Und ich habe mittlerweile gut Kontakt, auch international, wo man merkt, ja, da haben wir doch nochmal ein bisschen nachgeholfen. Da haben wir doch nochmal so gemacht, da haben wir die Szenen aber doch nochmal anders gedreht. Da sind wir aber doch nochmal zurück in die Unterkunft und alles, ne. Und, ähm, Alone tatsächlich, habe ich keine Informationen, aber Alone ist für mich immer noch das, in meiner Wahrnehmung, kann falsch sein, das realste Format von allen. Müsste man mal mit den Leuten quatschen, sind ja auch teilweise irgendwelche YouTuber oder YouTuber geworden. Aber Alone nehme ich da mal raus aus dem Kosmos, tatsächlich, das ist das einzige Format. Aber selbst bei, keine Ahnung, wie sie alle heißen, ja. Da ist dann plötzlich eine Szene, wo irgendwelche Steine aus dem Wasser genommen werden. Dann werden die aneinander gekloppt, um Feuer zu machen, die sind noch klitschnass, bum bum bum. In irgendein halbnasses Ding rein, totale von außen, nächste Szene, oh, Feuer, Feuer, wow, wow, Feuer, Feuer. Und ich hab mir so, ja komm, heiz mal. Sorry, dass ich mich jetzt so auch in dieses Thema wieder reinsteige, aber du merkst halt anhand von Reaktionen von Leuten im Sinne von, ja, guck mal, hier, warum machen die denn kein Feuer? Äh, also in den Survival-Shows, die ich sonst sehe, Priorität 1, Feuer, Feuer. Ich hab doch auch bei einem Tom McElroy gesehen, der hat doch auch Feuer gemacht. Ja, Digga, das ist aber halt auch nicht in der Regenzeit, da ist doch alles fortztrocken, da scheint die Sonne auch über Tage. Ja, äh, wir sind hier in einem komplett abgefuckten Environment und hier ein Feuer zu entzünden. Guckt euch einen Joris an, der hat einen Feuerstahl und kriegt's nicht hin. Einen Knossi kriegt's gut hin mit seinem Feuerstahl, aber selbst auch die anderen haben Probleme, ein Feuer zu machen. Auch ein Knossi, der mal ein Feuer ankriegt, hat Probleme, das Feuer am Laufen zu halten. Deswegen, selbst mit einem Feuerstahl ist das gar nicht so einfach. Ja, und wenn du dann nicht mal einen Feuerstahl hast, ist es wirklich Hardcore. Natürlich gibt's sicherlich Leute, die das hinkriegen, aber ist nicht zu unterschätzen. Und wenn du halt in irgendwelchen Survival-Shows dann siehst, wie sie immer sofort easy Feuer machen und da drei Stücke aneinanderreiben. Ist halt auch alles immer nur die Hälfte, echt, ne? Wisst ihr, was das schade ist? Sorry, dass ich jetzt so viel, ich grad voll in dieses Thema reingehe. Ist eigentlich ein eigenes Thema für ein eigenes Video. Ich find's schade, weil ich liebe diesen Scheiß. Ich mag das voll. Ja, ich mache es selber gerne, ich probier mich gern aus und ich gucke auch super gern anderen Content. Aber ich gucke den Content und werde jedes Mal rausgerissen, weil ich merke, ihr labert scheiße. So, die Sendung geht los, geil gemacht, cooles Intro, Helikopterabsetzung. Und dann heißt es, ich habe zehn Tage Zeit, um mich 30 Kilometer bis zum Stausee durchzuschlagen. Ich habe kein GPS-Gerät, kein Kompass und keine Karte. Los geht's. Und ich denk mir so, Digga, wo gehst du jetzt hin? Wo ist denn dieser Stausee? 30 Kilometer entfernt. Das ist Bullshit. Das ist Quatsch. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr mal in eine Himmelsrichtung guckt und sagt, ich laufe 30 Kilometer in diese Richtlinie. Oder ihr guckt nur ein Zentimeter weiter rechts oder fünf Zentimeter weiter rechts. Und gucke dann, lauft dann 30 Kilometer in die Richtlinie. Dann ist diese Distanz zwischen diesen beiden Linien, ja, wenn ihr die 30 Kilometer lauft, da sind Kilometer dazwischen. Ihr werdet diesen Stausee nie finden, ihr werdet an dem vorbeilaufen. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt alles so, ah, das ist so ein Bullshit-Scheiß. Und das macht mich so, Kürre macht mich das, ja. Dann bin ich auf YouTube unterwegs und denk mir, komm, scheiß drauf, dann gucken wir uns so YouTube-Videos an. Dann siehst du in dem Titel Extreme Survival, keine Ahnung, eine Woche lang, Messer und Paracord ausschließlich. Ich gucke mir das Video an und denkst du, okay, geil, kannst was lernen. Hardcore. Ja, extremes Wetter, nur Messer, Paracord, wie wird das mit Feuer machen, dies, das. So, steht groß im Titel drin. Und plötzlich an Tag 2, ja, ich hab jetzt doch einen Feuerstahl aus meinem Notfall-Kit rausgeholt, weil ich krieg's Feuer nicht an. Und dann denk ich mir so, Digga, ist doch okay, dass du einen Feuerstahl hast und nutzt. Aber dann kommunizier doch nicht in deinem Titel von wegen Messer und Paracord only. Was soll denn das? Ist doch scheiße. Dann sag doch gleich, komm, Messer plus Feuerstahl, 6 Tage Survival Challenge und sowas. Aber es wird immer dieses Rumgedruck so hin und her, das macht mich irre. Ich denk mir dann immer so, setz doch die Challenge einfach so, das Video ist doch nicht schlecht deswegen. Deine Experience, deine, das was du erlebst und machst, ist doch auch nicht schlecht. Und wenn du jetzt plötzlich noch einen Feuerstahl mit dabei hast und den nutzt, ist doch auch völlig cool, ist doch fein. Nimm dir 7 Gegenstände mit oder 10 oder so. Aber zeig's doch einfach, wie's ist, ja. Und wenn du sagst, keine Ahnung, du willst 30 Kilometer dich durchschlagen zu einem Stausee, dann erklär's doch realistisch. Dann sag doch sowas wie, pass auf, ich habe folgende Information, das muss ich ungefähr da und da befinden, bla bla bla, ich habe zumindest einen Kompass dabei. Oder ich habe mir vorher die Karte angeguckt, hab mir das gemerkt, ich weiß, ich muss über die Hügelkette. Aber es wird immer darauf erzählt und gemacht, wo du denkst so, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann guckst du dir die Serie an und es wird in der Serie auch kein bisschen kommentiert. Er läuft einfach und läuft und läuft und läuft und läuft und plötzlich ist er da. Und denkst du, wie willst du denn das geschafft haben? Wie bist du jetzt 30 Kilometer zu diesem Stausee gekommen, ohne Navigationsmöglichkeiten, ohne Info, ohne zu wissen, wo der sich überhaupt befindet? Willst du was hören? Ah.